Boah, hab ich fast da reingefallen. Ah, und du hast eine Fackel eingebracht. Hm. Mein Gott, da ist ein Creeper. 3,4,5 Fleisch hab ich jetzt schon wieder. 2 Creeper, eine Spinne. Ich komm schon. Was? Ich komm schon. Das war mir stärker, wenn ich sie mit jemandem mit dem Feld in den... Äh, äh, vielleicht ich geh mal raus und warte auf dich und beschütze nicht auf, wenn ich das nicht kann, aber... Nein, ich hab, ich hab, äh, ich hab ein Ding drin, da wird mein Todespol angezeigt. Ach so, okay. Ich muss mir zurücklaufen, dann muss ich die Sache noch wiederholen. Wenn du hoffst, dass nicht nur mehr zehn Kräber stehen, aber ich hab das ja nicht. Ja, das hab ich ja nicht, also, wie ich kommt das bald auch noch. ahhh, das wäre besser für mich. Oh Gott, Creeper, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aua, Skelet. Stieb, stieb. ich bin überlegen wo sind wir gelaufen wo auch nicht erschrocken dann bist du gerade meine Sachen ich bin ja erstmal nach Hause gegangen was das ist ja ich hab nicht kommen Leben erklärt nur ich muss gerade von unserer Sport Spawnpunkt wieder zu unserer Hütte zu finden ich sag mal eine Sachen nehmen wollen oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Hilfe ich werde von dem Körper verfolgt das ist irgendwie falsch umregert oh mein Gott in der Tars voll ich kann nicht mehr aufnehmen Scheiße oh man dann hilf mir mal ich habe meine Sache mal ablegen hier ja ich will erst mal wieder nach Hause ich hier und natürlich soll es voll mit Krieg und Skeletten das geht gerade gar nicht wo das war aber wie er um den Hartkommus eingestellt oder sowas das habe ich eigentlich hier nicht wie es will die das ist es zentral für uns aber eigentlich schon das kann ich verweilen das gibt es auch nicht kann ich das wieder suchen wo ich werde das am haus und so etwas mehr sagt mir zu ablegen das hier irgendwo zuhause hast du meine Sachen schon eingesammelt ein paar aber nicht alle okay dann suche ich wo ich gestorben bin das Spinnenauge obwohl ich das nicht dabei hatte oh ja hier die Kuiper-Explosion nicht zu übersehen hier ist nur noch Holz und sowas komm ins Haus ich bin jetzt ne Runde oh mein Gott, 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 Entschuldigung aber ich werde von dem Kuiper verfolgt hat er nicht komm jetzt raus, komm ins Bett jetzt oh, schöne Sache ich gehe ja noch nicht raus stimmt also erstmal nehme ich mir hier so ein 21. Koltz mit und dann durch ist man und er will das Kohl hin die ganze Kohl in der Verrufung ich habe es mit 6 Kohl mitgebracht so so und ich mache das Dach ein bisschen höher ich wüsste ich bei ihm und ist immer in der männer nähe rechnen die er nicht kann ich schaffte ach du scheiße Kripa 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 was du das gerade die ich hier explodiert vor allem hier steht er vor der Haustür wie gehe ich den Weg weil ich holen gleich und der Enderman ist vor der Haustür er ist mir toll das kann vor der Haustür der Weg da habe ich ihn getötet wo ist das Fick der Enderman da hinten regelt sich hin doch er war ich mag die Viecher nicht der Faxen all around und er weiß alles hat er in den Fall ausgemacht was was er ausgemacht hast ja wird ich bin jetzt schon ziemlich schnell so mit dem klicken okay jetzt ist kein Viech mehr da oder eigentlich nicht und mein Dach füllt ist es einfach okay da kann ich jetzt das Dach machen das Dach Prozent Bobbett zum Beispiel der Scheiße 6 nicht mehr im schnellen um die Chance bis zur Kacke es hat meine ich mir zu empfehlen es war umwesend Prozent das ist ja für eins meine Kraft ja meine Kraft finde ich am besten bis jetzt durch die Brüder ist auch sie haben die noch die 1.1 Version im Moment Punkt 3 das noch ein wir haben auch keine 1 2 3 4 wäre für meine Kraft ich habe es noch nicht da gibt es noch nicht der offizielle mein Kraftwerk hat das nicht drin was gibt denn sonst so ich habe keine Ahnung Kugel ist ein Freund doch du scheinst das nicht zu begreifen ich weiß das nicht da in dieser Haus war auch kacke geworden um ich bin mir gekauft und ich glaube ich habe eins Kami ja nur Punkt g dieser fix hat mich dann blockiert aus irgendwelchen unerklärlichen gründen die mir bitte eine nennen sollte bei mir sogar eine homepage ich will eine geile homepage haben texturen packages ich habe es gefunden welches nimmst du jetzt mh 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 mh